Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Goita Babywippe Shirley. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese Babywippe für deinen kleinen Wonneproppen die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zur Babyschaukel unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Wenn der neue Erdenbürger erstmal auf die Welt gekommen ist, dann ist er der Mittelpunkt im Leben der ganzen Familie. Hier möchten Eltern dann auch extra vorsichtig sein, wenn sie neue Babyutensilien kaufen. Deswegen ist es total verständlich, dass du erst nach ein paar Informationen schaust, bevor du eine Babywippe für deinen kleinen Käfer kaufst. Bei diesem Exemplar gefällt mir die materielle Verarbeitung sehr gut. Auch das Design ist wirklich sehr niedlich. Darüber hinaus kann ich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Babywippe als positiv bezeichnen. Aber gar keine Frage, das soll jede Familie im Endeffekt für sich selbst entscheiden. Ich gebe hier wirklich nur ein paar Tipps mit auf den Weg. So eine Babywippe ist eben besonders praktisch, wenn du zum Beispiel auch mal... Ja, du kannst ja dein Baby nicht den ganzen Tag tragen und es will wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Und wenn du gerade irgendwas im Haushalt machst, dich mit Baby beschäftigst, aber dann vielleicht der Postmann klingelt oder du das Essen fertig machen musst, dann weiß man häufig nicht so schnell, wohin mit dem kleinen Schnuckel. Und deswegen ist so eine Babywippe auch sehr praktisch, weil man hier den kleinen Schatz gut aufgehoben kurz ablagern kann, sage ich einfach mal. Und das ist auch ein sehr praktischer Aspekt davon. Aber natürlich geht es generell um den komfortablen Aufenthalt deines kleinen Schnuckels. Und ich bin der Ansicht, dass das mit dieser Baby-Schaukel in der Tat gegeben ist, weswegen ich hier eine klare Kaufempfehlung aussprechen kann. Das Amazon-Angebot zur Baby-Schaukel werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche dir und deinem kleinen Schatz alles Gute. Danke und ciao! Tschüss!